Wir sind uns schon mal begegnet, nicht wahr? Nicht, dass ich wüsste. In Ihrem Haus, erinnern Sie sich nicht mehr? Nein, wirklich nicht. Um genau zu sein, ich bin jetzt gerade dort. Das ist der totale Schwachsinn, Mann. Rufen Sie mich an. Das gefiel mir. Ich denke, Zufälle sind niemals Zufälle. Ich erinnere mich an die Dinge lieber auf meine Art. Nicht unbedingt, wie es passiert ist. Jemand ist eingebrochen und hat uns gefilmt, während wir schliefen. Bist du das? Bist du alle beide? Und dann müssen wir hier raus. Warum habt ihr mir nichts davon erzählt? War mir ein Vergnügen, mit Ihnen zu plaudern. Ja! Wenn ich jemals erfahren würde, dass irgendjemand mit ihr was anfängt. Er legt uns um. Nach Blue Velvet und Wild It Heart. Das neue Meisterwerk von David Lynch. Lost Highway. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich hier bin. Wie geht das? Fragen Sie mich. Ich will nicht du nicht. Ich will nicht, wie geht das? Ich will nicht.